Hallo und herzlich willkommen zur Testaufnahme Nummer 2, die auch natürlich online geht. Sonst würdet ihr die ja jetzt nicht sehen. Lade Bildschirm, Lade Bildschirm. So. Los geht's. Doch. Was würde denn passieren, wenn wir fehlschlagen würden? Hm, na, hm, na, hm? Ich hasse diese Map übrigens. Das fängt ja gut an. Krieg. Ich bleib mal bei ihm hier. Wir haben den Vorteil errungen. Sexy Ottenfahrer. Wer ist das denn? Wer war das? Hallo. Zu ruhig. Zu ruhig. Fuck. Fuck. Ich weiß nicht, ob es der war, den ich wollte. Alter, hätte ich das jetzt verloren, ich hätte mir, glaube ich, die Hoden abgebissen. Natürlich nicht wörtlich gemeint. Oh, einer von mir. Okay. Hab mich schon gefreut. Nein! Sind hier, sind wir Chinese? Na, ist er, na? Na? Hallo? Oh. Ah! Von hinten. Time to leave? Ja, hat er recht. Mann, der schießt keine Propheten. Ich tue immer automatisch Magazin wechseln, das will ich gar nicht. Hallo? Wett, da kommt einer. Nein, doch nicht. Aber hier, auch nicht. Haha. Hallo? Hallo? Hm? Oh. Da haben wir es auch zwei nicht geschafft. Hallo? Ist hier jemand? Irgendwo muss doch hier jemand sein. Ah, nerv. Entweder kommt stundenlang, da war einer. Ah, den. Scheiße, der hat den. Da ist er, der sexy Otten-Fahrer. Ah, scheiße. Ist ja gut gelaufen. Hallo? Hausmeister. Ich hab eine Waffe. Und ich werde nicht zögern, sie zu benutzen. Wollt ihr mich alle verkack-eiern? Wah! Headshot voll ins Knie. Hey, oh. Da liegt er. Ich hab eben noch gedacht, lebt er oder lebt er nicht? Ich war mir nicht sicher. Wo sind die denn? Da ist er. Und ich, oder? Da ist er. Mann. Ich hab heute noch nichts getan. Warum erschießt ihr Mensch? Ich will euch erschießen. Nur ich darf euch erschießen. Komm. Ah, der hat umgewacht. Gehen wir mal hier unten lang. Hier unten laufe ich irgendwie extrem ungern. Ja, ich wusste warum. Der Tune. Der Sack. Das Gesicht, Alter. Lalalalalalalala. Hallo. Wo seid ihr? Ich hasse das. Entweder kommt stundenlang keiner. Oder es rennen dir 30 über den Weg. Wie hat der... Ah, zu hohe Schussfrequenz hat er. Ich aber nett. Dankeschön. Tricksal. Irgendwann. Spaß, Digga. Was? Wo? Ja, wollte nochmal kurz gucken. Das Messer ist da, wo ich es will. Ah! Schade. Ich hab gedacht, ich hab ihn erwischt. Da war er schon wieder, der Ottenfahrer. Ich lauf immer die gleichen Routen ab, irgendwie, ne? Was? Nein! Lovecamper. Spastkind. Wie haben die eigentlich Zeit, etwas zu schreiben im Chat, während die zocken? Ist mir ein Rätsel. Nein! Was? Alter! Wie können die da... Da war grad ein wunderschönes Bild zu sehen. Ja! Ja! Da hat ich drei Leute, da hab ich keine Chance. Hätt zwar geil ausgesehen, aber... Pfff... Das wird definitiv nie vorkommen. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Hä? Ja. Lalalalalalalala. Ja, ja. Ich hab schon gedacht. Ha! Nein! Achtung! Feindliche Vorräte unterlegt. Ja! Sieg! Hahaha! Scheiße! Vielleicht war das Sterben das Ziel. Oh! 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 Camper-noobs! Lol! Oh Gott! War ich schlecht. Aber okay, wie gesagt, ich bin schlecht. Sage ich ganz ehrlich. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich glaube, das war's jetzt erstmal für längere Zeit. Wieder. Waren nur zwei Folgen jetzt, aber... Pfff... Ist okay. Wird schon. Gut. Gleich mal raus aus der Lobby, sonst machen wir gleich wieder noch ein Spiel. So, ich glaube, ich fang dann jetzt gleich mal mit dem Let's Play an. Weil, äh, die Daten, die ich hier habe, sehen sehr, 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 sehr gut aus. Und ja, mal sehen. Wir sehen uns dann im Let's Play, beziehungsweise in zwei Let's Plays bald wieder. Und beim anderen wird bestimmt der DreamTags mal dabei sein. Heyho und willkommen zurück, äh, nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Du kannst jetzt auf, äh, meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Äh, Kritik, uh, und so eine ganze Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google+, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei, ich freue mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute, äh, meine, meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Gut, stay tuned und wir sehen uns dann im der, äh, im nächsten Video, wenn du dabei bist. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.